willkommen zu einer weiteren folge von bkf tv ja die reportage spezial und zwar man hört vom meer und zwar nicht von der ostsee auch nicht von der nordsee sondern ach wir sind an der ostsee willkommen auf bkf tv mein name ist achim daniels und heute geht es wieder im rahmen der vergiss willkommen auf bkf tv mein name ist achim daniels und wir sind ja komm vergiss es angekommen sollte ich mal die treppe runterkommen zu unserem aktuellen neuen testfahrzeug ein ford und lämmchen das könnte etwas größer sein ja aber ansonsten ich sehe es ja gut willkommen zu bkf tv fahrzeugtest ja und diesmal haben wir uns den ford nugget geschaffen gepackt schon geht es willkommen bei watt tv test hier mit dem ford nugget beim friesland camping center sagte wie war das noch mal 50 ps motor verbaut stopp ja das war es leider wieder schon wieder sage ich mal besser von bkf tv die reportage hier aus bilbao spanien von der fahrpräsentation des neuen 4 4 4 ducato hat im kopf wieso das ja das war schon wieder von der fahrpräsentation noch mal noch mal noch mal willkommen zu einer weiteren folge von bkf tv sollte aber auch so sein kommen flieger wir sind ja in frankfurt und lämmchen leuchtet achim leuchtet in lampe siehst du die ich sehe die lampe leuchtet da ganz so ach so also dann kann ich anfangen hat der meister gesagt und da wir in der letzten letzten okay gehört wenn man den chinesischen markt betrachtet wie sich dort das kaufverhalten das kaufverhalten verhält ist schon klar wir haben uns vor vor nie das haben wir gesagt wir müssen hier lang aber wie man das so sieht hinter uns da ist also nichts mehr da kann man mit sicherheit nicht auf aber es ist im navi so ein pferd und das passt schon aber wir drehen also freundlicherweise wir drehen ich möchte nicht wissen wie viel wie du davor sie versucht haben zu fragen ja von der polizei war natürlich auch jemand hier das heißt also hier ist ja jeden tag quatsch hier kommen auch leute direkt ins bild kann man gucken was für fragen da jetzt gestellt werden könnten beziehungsweise was man sich daran fragen stellt das war scheiße vergisst das hier von der ja ja es ich bin auf einem reifen so 315 heißt 315 millimetern in der breite 80 werde esBE dacht hier kommt so 80 80 Zoll in der Höhe und 80 Zoll. Ich bin doch bescheuert. Kriegst du mich überhaupt drauf? Siehst du mich überhaupt? Wenn ich rauskomme, aber wenn ich wie rauskomme? BKF TV, die Reportage heute aus. Ja, warum? Wie heißt das? Herzlich willkommen bei BKF TV, die Reportage. Und wieder weg. Unser Ford Nugget. Nein. Custom in Horemarsil, direkt an der Nordseeküste. Deutsches Wattenmeerkultur. Wie heißt die Scheiße? Was man nicht weiß? Er hat das Gesicht der Firmengeschichte bekommen. Firmengeschichte? Firmengeschichte? Na, Firmengeschichte. Willkommen zu einer Welt... Ich muss mich erst mal wieder einsprechen. Geht gut los. Es geht nun cool.